Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch nochmal die Minecraft Forge Modding Installation, wie wir unser Projekt aufsetzen können. Und das mache ich eigentlich nur deswegen, weil ich relativ viele Anfragen bekomme, dass es bei manchen nicht funktioniert und das Bugfix Video auch schon etwas veraltet ist und nicht immer funktioniert. Und ja, ich zeige es jetzt einfach nochmal und dann sollte das hoffentlich auch bei jedem funktionieren. Und ja, also, zum Anfang brauchen wir ja ein Java Development Kit, das JRE solltet ihr eigentlich schon haben. Wenn ihr meint, ah wohl, der neue Launcher lädt sich das nicht runter, also wenn ihr nicht das JRE habt, dann müsst ihr euch das auch runterladen. Das könnt ihr einfach googeln und dann, die Seite sieht fast genauso aus, hier ist es das Java Development Kit. Und ja, dann gehen wir auf Accept License Agreement und laden uns die dann für unser System runter. Oder in meinem Fall 64 Bit hier draufklicken und dann einfach installieren. Ich glaube sogar, dass beim Development Kit sogar das JRE gleich dabei ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Naja, das sollte sogar dabei sein. Also müsst ihr eigentlich nur das runterladen und dann habt ihr alles. Und ja, dann brauchen wir noch eine IDE. In dem Fall nehme ich jetzt Eclipse. Ihr könnt natürlich auch Intel IDEA oder NetBeans oder was auch immer hernehmen. Beziehungsweise NetBeans ist nicht so geeignet, weil man das dann anders installieren muss. Aber wir nehmen jetzt einfach Eclipse her. Dafür nehmen wir einfach diese Version, Eclipse IDEA for Java EE Developers und dann 64 Bit. Klicken drauf und laden uns die dann von unserem, also von dem, von uns ausgewählten Server runter, weil die haben ja mehrere Server und ja. Ja, dann, wenn wir das runtergeladen haben, das ist eine ZIP-Datei, die kann man einfach entpacken. Und darin ist dann eine Eclipse.jar, ne, .exe-Datei und die kann man einfach ausführen und dann startet sich halt Eclipse. Ich starte das jetzt nicht und lade mir das auch nicht neu runter, weil ich habe das halt schon. Und ja. Dann brauchen wir noch den Microforge Source Code, den finden wir auf files.microforge.net. Und jetzt gibt es hier einige neuere Versionen. Als ich das letzte Video gemacht habe, gab es hier nur 1.8.0 und dann noch nicht mal die Recomment-Version, wie man hier sieht. Jetzt gibt es hier schon Recomment und was auch immer. Jetzt kommen aber auch schon andere aus. Es gibt schon die 1.8.8, die hat aber nur eine Latest-Version, also keine Recomment. Aber die 1.8.9 hat zum Beispiel schon eine Recomment-Forge-Version. Ich werde trotzdem auf der 1.8.0 Recomment-Version machen. Aber ich werde euch trotzdem dann immer zeigen, auf welcher anderen Version, wie das funktioniert, weil es gibt ein paar Unterschiede. Zwar ziemlich geringe, jedoch zum Beispiel in meinen Dimensionen gibt es große Unterschiede. Deshalb kommen da auch bald Updates-Videos zu den ganzen alten Videos und zu den neuen. Und in den neuen Videos werde ich halt dann das immer so machen, dass ich dann gleich für alle Versionen das zeige. Und ja. Wir nehmen jetzt einfach mal die 1.8.9 und laden uns die runter, bzw. ich habe sie schon. Deshalb werde ich mir die nicht neu runterladen. Bzw. ich lade sie mir neu runter, und zwar deswegen, weil ich jetzt gerade nicht weiß, wo ich sie abgespeichert habe. Hier einfach das MDK, das ist ganz wichtig. Das ist jetzt etwas anders, das heißt jetzt MDK und nicht mehr Source oder so. Und ich habe jetzt kein... Oh Mann, die Werbung. Ich habe jetzt gar keinen Bock auf Werbung. Ich werde das eh ein bisschen ausblenden, weil hier ein bisschen perverse Werbung kommt, glaube ich. So. Dann eröffnen wir die Datei. Dann haben wir jetzt hier den ganzen Source-Code, den kopieren wir. Gehen in einen Ordner unserer Wahl. In dem Fall habe ich hier einfach mir einen Ordner angelegt und sind jetzt hier drinnen. So, da haben wir jetzt ja alles reinkopiert. Und ja, was jetzt leider bei vielen rumbugt, ist Java, weil wenn wir jetzt hier Shift-Rechtsklick machen und dann Eingabeaufforderungen hier öffnen, kann man... Also Java sollte man eigentlich machen können. Aber Java C kommt meistens Comment Not Found oder so. Und das ist leider ein Problem, was Windows irgendwie nicht gefixt bekommt, beziehungsweise Java, das backt voll rum. Deswegen müssen wir das manuell setzen. Wir müssen uns dann unseren Java-Pfad holen. Ich hole mir den mal schnell. So, den findet man unter Programme Java oder Programme x86 Java, dann JDK und dann BIN. Das ist unser Java-Pfad. Den kopieren wir. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können Set, Path ist gleich und dann diesen Fad hier reinkopieren. Das werde ich jetzt aber nicht machen, weil das Problem ist, dass das irgendwie beim Runterfahren auf jeden Fall bei mir nicht gespeichert dann wird. Das ist dann einfach weg. Und dann muss ich das jedes Mal, wenn ich das neu installieren möchte, neu setzen. Und darauf habe ich keine Lust. Deshalb suchen wir nach Umgebungsvariablen. So, ich bin wieder da nach einem Computer-Neustart, weil Windows sich denkt, wenn man unten in der Suchleiste sucht, dass dann sich alles aufhängt. Ich habe das Problem leider häufiger. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall, wenn ich in der Suchleiste unten suche, dann leckt das wie Scheiße zum Teil. Deswegen habe ich das jetzt neu gestartet und jetzt ging es. Ich mache es jetzt lieber nicht, dass es nochmal leckt. Aber ihr gebt einfach Umgebungsvariablen, Systemumgebungsvariablen verändern oder so. Da braucht ihr leider Admin-Rechte. Wenn ihr die nicht habt, dann wird das nicht funktionieren. Dann müsst ihr das mit Set, Path machen. Wie ich das schon in meinem Bugfix-Video gezeigt habe, das ist das dritte Video der Microforge-Modding-Reihe. Also, wenn ihr das da so übermacht, dann schaut euch einfach das Video an. Oder, ja, ich habe es hier auch eigentlich schon gezeigt. So, Umgebungsvariablen gehen wir dann hier drauf. Und hier sehen wir jetzt einige Umgebungsvariablen. Hier gehen wir bei Systemumgebungsvariablen in die Variable Path. Gehen auf Bearbeiten. Finden jetzt hier ein paar Variablen drinnen. Diese Variable, die jetzt oben drin ist, habe ich jetzt reingefügt. Dann machen wir einfach dann neu und fügen dann unseren Java-Pfad ein. Den habe ich jetzt leider nicht mehr wegen dem Computer-Neustart. Aber das ist genau der Pfad, der hier oben eigentlich drin steht. Und, ja, dann haben wir den hier drin. Dann können wir OK, OK, OK. Und dann, wenn wir Eingabeaufforderungen hier öffnen machen, sollten wir Java-C machen können. Wenn das funktioniert, dann sollte das richtig installiert sein. So, wie installieren wir jetzt Minecraft Forge so, dass es funktioniert für uns? Dazu müssen wir jetzt einfach Gradleaf Setup Decomp Work Space Eclipse eingeben. Und dann drücken wir Enter. Und dann fängt er an, das zu installieren. Das dauert jetzt nicht besonders lange, weil ich habe mir das alles schon mal runtergeladen. Der lädt jetzt bei euch wahrscheinlich, wenn ihr das noch nie installiert habt, ganz, ganz viele Sachen runter. Bei mir geht das jetzt relativ schnell. Ihr seht schon, der macht alles hier skippt. Also, der ist gleich fertig. Und, ja, dann haben wir das eigentlich richtig installiert. Dann müssen wir jetzt nur noch Eclipse starten, wenn das fertig ist. Ich zeige das euch jetzt. Also, das ist jetzt fertig hier. Ging relativ schnell. Dann haben wir hier Eclipse. Dann sollen wir hier ein Workspace auswenden. Dann gehen wir hier in diesen Ordner. Kopieren uns den Pfad von hier oben raus. Gehen wieder in Eclipse. Kopieren den hier rein und gehen auf OK. Und dann startet sich Eclipse. Und dann haben wir unser Minecraft Forge Programmierungsteil. Hier ist alles richtig. Hier haben wir dann auch so eine Example-Mod zum Beispiel drin. Und, ja, das war es zum Installieren nochmal. Ich hoffe, es funktioniert wirklich bei jedem. Und, ja, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.